Zeitreisen Ada ist ein Geschenk Hey, los, verschwinde Du siehst so süß aus Wir haben Besuch, an Fremde ist sie nicht gewöhnt Was zum Teufel habt ihr da bitte? Ada! Geh weg! Ada! 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 Ada ist ein Geschenk Ada! Sie ist ein neuer Anfang Danke fürs Zuschauen, verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung, wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren! Das war's! 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 Das war's!